Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. In der letzten Folge haben wir die mysteriöse Tür geöffnet und darin einen Boss gefunden. Und nun begeben wir uns erstmal zum Hauptquartier, um erstmal ein bisschen zu saufen. Viel Spaß. Ich will diese Musik. Hey! Und, wie gefällt dir der Song? Bist du schon ein Fan? Na dann, nimm! Danke. Cool, hat sich gelohnt. Tolle Musik. So, dann wollen wir erstmal zurück zum Hauptquartier. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slans? Tifa. Exotisch. Ich glaub, ich brauch auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Ja, lass uns doch umsehen. Ja, gerne. Was exotisches. Ach, ich hab's verkackt. Willst du zurück in die Bar? Äh. Hilft ja alles nix. Verdammt! Hab ich nicht gespeichert? Wir müssen gleich mal gucken. Fahrt ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Äh, ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest außen auf Jessie, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld... Das kriegst du auch. Aber jetzt hab ich Wichtigeres zu tun, du Hüftzern. Beeil dich tiefer. Jackpot. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Und was Starkes. Hast du... was Starkes? Mhm. Mhm. Das wundert mich nicht. Sieh mal an. Da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon. Meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wunsch. Zum Wunsch. Oh. Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hä? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Die Lagebesprechung. Ich hätte gerne was Exotisches. Hm. Okay, weißt du was? Äh. Falschtaste? Slums. Ja, super. Ich weiß, wo ich bin. Ähm. Ich speichere mal ganz kurz. Okay. Und dann hoffentlich können wir an einem guten Punkt laden. Was Exotisches, Leute. Ich hab extra eine Speicherstadt geladen, um was Exotisches zu sehen. Enttäusch mich nicht, Tifa. Ah. Oh ja. Wie ist das? Einige unserer Mitglieder hat deine Stärke so beeindruckt, dass sie jetzt noch härter trainieren. Ich werde allen hier von deiner tollen Arbeit erzählen. Eine neue Kampfhunderrasse von Shinra, ha? Frage mich, wie das Vieh hierher gekommen ist. Du hast uns einen Haufen Ärger vom Hals geschafft. Wegen dieses blutrünstigen Wachhunds haben wir viele Verletzte zu beklagen. Ich hoffe, wir können unsere gute Zusammenarbeit, auch ein Zuglieder... Du hast uns einen Haufen Ärger vom Hals geschafft. Wegen dieses blutrünstigen Wachhunds haben wir viele Verletzte zu beklagen. Wenn wir das nutzen können... Wow... Na gut... Da haben wir den Speicherstand. Hm, na gut, dann... Soviel dazu. Na gut, was können wir denn da machen? Kann man selbst was mixen? Nö... Dann gibt's eine Hintertür... Die zwar ein bisschen Licht durchscheinen lässt, aber man kann nicht durch. Alles klar, Licht ist cooler als ich. Weil's da durch kann. Na gut, bevor wir jetzt da hingehen... Wir haben ja ein paar Sachen bekommen. So... Ausrüstung... Cloud... Eisenreif... Wir haben einen Sternreif bekommen... Der anscheinend mehr Materia... Äh... Slots hat, aber auch mehr nicht... Mondtalismann... Der Ring hat erlitten in Schaden, wenn der... Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Ja, ich verstehe. Na gut, tiefer... Dann kriegst du die Mondtalismann... Das sind immer die Ohrringe... Und du kriegst den Sternenreif, der... Eigentlich ziemlich scheiße ist, aber ich muss... Ne, muss ich gar nicht. Das wird ja übernommen, ne? Ja. So... Und jetzt kommt Materia ins Spiel... Und zwar... Äh... Chakra. Achso, da ist schon Chakra drin. Alles klar. So... Und dann bekommst du auf jeden Fall noch... Glut. Dieser Gegenstand ist... Ah... Glut. So... Und du bekommst den... Was war ich hier am Schlag? Ne, den hab ich hier schon. Autovita. Meinetwegen. Was haben wir noch? Eilen. Passt schon. Wenn ich jemand anderen finde mit besseren Eigenschaften... Dann nehm ich den natürlich. Joa... Feuer hab ich doch keinen gesehen. Schade. Dann wollen wir mal runter gehen. Hallo? Darf ich nicht? Kommandos? Gegenstände? Alles super. Ja, was mach ich jetzt? Raus kann die Hottich? Ich kann Musik umschalten. Hä? Kann ich jetzt mal nen Drink zu Ende trinken? Äh... Was mach ich jetzt hier? Hab ich das Spiel kaputt gemacht? Ähm... Zielbereich. Was soll ich jetzt machen? Die Lagebesprechung. Ja, ist klar. Aber ich... Ich darf nicht. Die Gelbe Blume. War ein seltsames Mädchen. Die Gelbe Blume. War ein seltsames Mädchen. Okay. Wir haben ja zumindest die Blume gesehen. Na, ich glaub ich hab das Spiel kaputt gemacht. Oder ich soll hier warten, bis die fertig sind mit ihrer Besprechung. Ich weiß es nicht. Hey, ich kann schnell laufen. Was haben wir denn da? Darts Rangliste. Wedge, wer ist Wedge? Wieso ist es auf Platz 1? Kann ich das ändern? Kann das ändern? Mit X kannst du einen Dart-Pfeil werfen. Die geworfenen Punktzahl wird von der Gesamtpunktzahl abgezogen. Man wirft in jeder Runde mit 3 Pfeilen. Ziel ist es, seine Punktzahl genau auf 0 zu reduzieren. Für jeden Wurf gibt es eine Zeitbegrenzung, bis der Dart-Pfeil geworfen werden muss. Je kleiner der Zielcursor beim Drücken ist, desto genauer der Wurf. Ziele möglichst auf Felder mit hohen Werten, um die Punktzahl mit so wenig Versuchen wie möglich auf 0 zu bringen. Ja, das kennt man. Die höchste Punktzahl landet man mit Treffern ins Zentrum der Zielscheibe. Bullseye. Den äußeren Ring Double oder den inneren Ring Triple. Noch Vorsicht! Wenn die Gesamtpunktzahl ins Negative geht, hat man über Wurfen und die Würfe der aktuellen Runde gelten als ungültig. Bast. Sobald du die Punktzahl mit dem nächsten Wurf auf 0 senken kannst, werden dir die Felder angezeigt, die du dafür treffen musst. Orientiere dich an diesen Feldern, um deinen letzten Wurf zu landen. Danke, ich bin ja so scheiße in Mathe, dass ich das nicht kann. Komm. Okay, alles klar. Start! Okay. Was? Okay, man hat Zeit. Nächste Runde. Okay. Ähm. Das war scheiße. Hallo, ich hab voll genau gezielt. Come on. Nicht nervös werden. Oh Gott, ich muss werfen. Ah. Das ist nicht so einfach. Nächste Runde. Okay. Es gibt aber immer noch einen besseren Weg. Und zwar, indem man den... Ich glaub das hier war der Triple, ne? Der ist besser als der Bullseil. Oh. Hey. Es wird schon, es wird schon. Zack. Oh. Nächste Runde. Okay. Runde 3. Wir kriegen das hin. Ich werde es optimieren. Ich werde auf Platz 1 landen eines Tages. Oh. Triple. Ah, gut. Okay. Ha. Triple. Okay. Jetzt darf ich kein Triple mehr machen. Okay. Wir versuchen den Double zu machen. Ah. Verdammt. Ha. Wir kriegen das hin. Oh Gott. Ha. 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 Okay. Äh. Wir machen einfach zwei Single. Ich glaub das ist einfacher. Oh. Oder wir machen den Double. Hier. Ach Scheiße. Der ist. Ich weiß. Ich weiß das da. Äh. Jetzt. Nicht den fucking ganz. Ah gut. Okay. Das äh. Ja klar mach ich den Double 8. Das ist auf jeden Fall viel leichter. Dann warte ich mal. Ach das sind die Würfe. Haha. Dann bin ich ja ganz woanders. Dann warte ich mal. Ach so. Es geht wirklich ums Warten. Ich mach das jetzt nochmal. Runde 4. Zack. Triple 8. Huh. Aha. Zehn Würfe. Verdammt. Es muss noch besser gehen. Boah. Es muss besser gehen. Runde 3. Zack. Ich hab schon neun Würfe. Verdammt. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Kaboom. Digga. Bitch. In your face. Ah. Wer ist der Beste. Wer ist der Beste. Bullseye. Wuuu. 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 Hahaha. Ich bin schlechter Gewinner. Super. Spielt niemals gegen mich irgendwas. Hahaha. Alles klar. Check. Oh. Huh. Gucken wir uns das ganze mal an. Wer ist auf Platz 1? Der Zero. Wer ist auf Platz 2? Der Mensch. Haha. Ich bin schlechter Gewinner. Okay. So. Jetzt können wir warten. Aufah. Ja. Ich habe gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinran nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst, aber trotzdem, ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Sind wohl fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. Endlich. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feuern im kleinen Kreis. Hohohoho. So. Ich habe versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jessie, wo bleibst du? Ich komme gleich. Sorry. Okay? Kein Problem Wenn du möchtest, können wir später reden Wirklich nicht nötig Jessie, ich hab riesen Kohldamm Bis später, Cloud Okay, ich komme ja schon Hm Daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass sie mich rausgeworfen haben Hm David Was schön mit euch Sieh jetzt mein eigenes Ding durch Oh, tiefer Was exotisches Wie übertrieben ist eigentlich dieser Tisch Sie sieht so klein aus daneben Und er sieht so groß aus Das ist ein Tisch für dich, Barrett Was willst du? Mehr Geld? Mehr gibt's nicht, kapiert? Äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir wurden nicht rausgeschmissen Hm Ja, wir haben uns zufrieden gemacht Aber schön mit euch, wir sehen uns ja sowieso Ah, so Ich will doch nur dazugehören Na gut, dann halt nicht Dann spreche ich mit euch Hey du, bist du von hier? Ja, schon Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen Kann schon sein Hm, du gefällst mir Hast einen guten Sinn fürs Geschäft 500 200 300 Na gut Dann lass uns mal in Ruhe reden Hier lang Okay Und ihr sollt mich bewachen? Bedrohlicher Schatten Okay Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Das gefällt mir nicht Zwei Frommel, zwei hinter mir Hm Na gut Laufen wir dir erstmal hinterher Hey, aus dem Weg Verfiss dich Sorry Hey, was glotzt du denn so? Mit Wallmark laufen die Dinge ein bisschen anders Ich glaube, der redet glaube ich mit seinem Kumpel, oder? Ey, was glotzt du denn so an? Seh dich besser vor Nicht die schlauesten Leute Komm ihm besser nicht in die Quere Es seiden du hängst nicht besonders an deinem Leben Ja, ja, komm Lass uns das hinterher Alles klar? Uns bringen Oh, soll ich mal mein Messer rausholen? Das ist ein bisschen größer Also Wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein Verschwende nicht unsere Zeit Shinras Zeit meinst du wohl Als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen Schön für euch Also ich hätte vor diesem Schwert Hätte ich Angst Ganz ehrlich Okay, hier Leute Ja, ey, ausgewiefen Okay, der mit der Waffe zuerst war hier Nein Oh Gott Bin ich ausgewiefen? Ich weiß es nicht Anscheinend nicht Was zum Teufel war das? Was zum Teufel war das? Feuer frei! Los geht's So Der ist das schon mal kaputt jetzt Okay, aber auch nicht Ich hätte schwirren können Oh, oh, was macht der? Huh Okay, das wollte ich nicht Alter, Leute Aber was mach ich denn? Ich drück die ganze Zeit X Ah Railstation Steuerung halt Oh, die sind bedrohlicher als ich dachte Äh, okay, machen wir's mal so Machen wir mal Der kriegt doch Leben dazu Irgendeine von denen heilt Äh Okay, wir müssen sie erstmal auf den Haufen bringen Kommt mal alle her Kommt mal alle her Okay, zwei Stück reichen mir Probieren wir's mal aus Ah, okay Ich verstehe Was zum Teufel machen die da die ganze Zeit? Alles her Alles her Alles her Alles her Alles her Alles her Ah 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 Okay Ordentlich blockieren So Und dann ein Mutangriff auf den Komm Und jetzt kommst du dran Ich brauch Wasser Du bist gleich ein Sieb So, und dann nochmal Schönen Impuls-Sieb So, was? Okay Geblockt Ich sollte vielleicht nochmal einen Heiltrand nehmen So, jetzt komm ich auch ein bisschen besser drauf klar auf den Kampf Es ist ein bisschen ungewöhnlich gegen so viele Gegner auf einmal zu kämpfen, muss ich sagen Verfehlt Verfehlt, sagt er Als wenn ich euch umbringe Ihr schlaft doch nur Ich verfluche den Wasser Oh, hast du Angst? Der Puppe tut mir fast schon leid Das macht richtig schade mit diesem Schwert, ne? Weil es halt auf Fähigkeiten ausgesetzt ist Okay Der Anfang des Kampfes war ein bisschen ungewöhnlich Äh Aber gut Naja, geht mich nichts an Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1 Ab ins Bett und ausruhen Nee, die gehören ja nicht zu Shinra Hat er doch selbst gesagt Ich meine, du würdest doch nicht sagen, wenn er es nicht ehrlich meinen würde Oder? Wann war das? Ah Ich muss mal länger auf einmal spielen Weil jedes Mal mache ich ein paar Kämpfe Dann muss ich unterbrechen Weil ich dann zur Arbeit muss oder irgendwas Und dann bin ich wieder quasi aus dem Kampfsystem draußen Ist ein bisschen kacke Ja gut Ich werde mich schon jetzt dran gewöhnen Ja Leute, wer ist die Nummer 1? Ich bin die Nummer 1 Ich habe ihn richtig fertig gemacht im Dartspiel Nicht so gut zugegeben Ich habe für mich alleine gespielt Um den Highscore zu knacken Also nicht zusammen Ich glaube dann Äh Hätte er vielleicht Von mir lernen können Und mich noch besiegt Aber man weiß es nicht Gut Ich würde sagen, das war's für heute Wir sehen uns morgen wieder Haut rein Ciao Bis zum nächsten sans Tschüss